Das Beste des Besten, das Tollste vom Tollsten, das haben wir jetzt für Sie nämlich aus eben unseren Sendungen immer das, was sozusagen den meisten Anklang bei Ihnen fand und wo wir an den Bestellungen sehen konnten, okay, dann sollten wir es vielleicht nochmal im Rahmen der TV-Sondersendung anbieten, denn dann gilt natürlich auch der TV-Sonderpreis und deswegen fangen wir auch gleich an. Musik hören, egal wo man steht, wo man sitzt, wo man unterwegs ist, macht natürlich Sinn. Wenn man alleine ist oder zu zweit ist, also niemanden anderen stört, dann bietet sich natürlich an, auch eine kleine Box mitzunehmen und da haben wir eine für Sie. Ja, und das von Auvisio, unsere portable Designer-Lautsprecher-Box und die macht richtig Musik. 5,5 Zentimeter, ein großer Lautsprecher integriert, da ist alles so schön mit hochglanzschwarzen Applikationen mit drauf und mit 3 Watt Leistung. Der Akku, der integriert ist, der hält 5 Stunden, ist eine ganze Menge Zeit, im Freibad, am Baggerweier, wenn Sie vielleicht mal nachmittags draußen auf dem Balkon oder auf der Terrasse sitzen, egal wo, Sie haben immer Ihren kleinen Alleinunterhalter dabei. Und das für Preise, wo man echt nur noch staunt. Sowas kostet normalerweise bei namhaften Herstellern 80, 90 Euro. Wir sagen, kommt überhaupt nicht in die Tüte, wir machen das viel günstiger. Denn da steht es drauf, ich drehe es mal ein Stück für Sie ein, Auvisio. Und das ist eben der tolle Hersteller. Und da kann ich Ihnen sagen, unser portabler Designer-Lautsprecher, und das ist wirklich eine Designform. Ja, der heißt nicht ohne Grund mit Zweitnamen Shiny da oben. Denn es glänzt so schön, es leuchtet so schön. Ganz einfach laden über USB am PC oder Notebook oder mit einem USB-Ladegerät. Und dann kann genau das bei Ihnen, egal wo Sie jetzt sitzen, ob am Baggerweier oder für alle Norddeutschen am Baggersee. Ja. Oder auf dem Balkon im Freibad oder beim Picknick können Sie dann natürlich Ihre persönliche Musik mitnehmen. 12,26 Euro ist unser TV-Sonderpreis. Und wenn Sie mal sehen, da drüber steht 29,90. Durchgestrichen. Zählt nicht, ist nicht, wollen wir nicht. Nee, jetzt ist TV-Sonderpreis. Und dieser TV-Sonderpreis, der gilt genau 120 Minuten. Und diese 120 Minuten sollten Sie nicht verstreichen lassen. Denn Lithium-Ionen-Akku ist drin, es hat richtig Dampf. 3 Watt, es ist klein, es ist kompakt. Und da haben Sie einfach wirklich stundenlang Spaß dran. Eine ganz tolle Sache. Das ist die Nummer 5 unserer Top 5 Gadgets des Tages. Und schlagen Sie zu, wir haben wieder ein paar bekommen. Wir haben wirklich in den letzten Wochen viel, viel, viel davon verkauft. Also wer sich so einen kleinen, tollen Arounder leisten will, der kann es jetzt tun. 12,26 Euro ist nicht wirklich viel Geld für so einen tollen Sound. Ich halte es schon mal ganz kurz ans Mikro, denn was da rauskommt, ist aller Ehren wert. Und vor allem das, was da rauskommt, ist auch noch geschützt. Ich habe also Metallgitter, nicht irgendeine Plastikkante da drauf, sondern eine richtig robuste Geschichte. Genau. Und wenn Sie dann diesen kleinen Lautsprecher einfach zum Beispiel in Ihre Handtasche oder in Ihren Sportbeutel oder, oder, oder tun, dann passt das einfach mal richtig gut. Und der ist dann auch noch sicher aufgehoben, denn Metall bedeutet, da pickt dann nichts rein. Klinkekabel ist dabei. Und jetzt wird es hier ein bisschen rockig und ich sage Ihnen so, der Preis, der rockt auch. Also 12,26 Euro für die PX3619 und die 569. Haben wir übrigens noch eine tolle Kundenmeinung dazu und zwar aus Selm. Ich war sehr skeptisch bei der Bestellung dieses Lautsprechers. Seit jeher kenne ich die Faustformel. Guter Vollklang braucht Volumen der Lautsprecherbox. Also, wie kann eine so kleine, portable Lautsprecherbox überhaupt einen annehmbaren Klang hervorrufen? Das Ergebnis war für mich absolut überraschend. Er klingt erheblich besser als der jeweilige Gerätelautsprecher. Gutes System, gute ausgeklügelte Technik, sehr empfehlenswert. Ja, schlagen Sie zu, machen Sie es genauso. Und schon rockt auch bei Ihnen die kleinste Hütte. Finde ich unglaublich schön gemacht. Und ja, für jeden MP3-Player, für jedes Smartphone einfach eine tolle Soundunterstützung. Wenn die Originallautsprecher mal nicht wieder das hergeben, was sie eigentlich könnten. Ich finde es einfach mal ein wirklich tolles und vor allem ein schönes Produkt. Ein sinniges Produkt. Und das Ganze zu dem Preis. 12,26 Euro ist hier der Preis. Und da sollten Sie jetzt wirklich zugreifen. Da sollten Sie anrufen. 0180 51 51 3 mal die 2. Oder ganz einfach online shoppen über www.pearl.tv. Das war die Nummer 5. Und nach der Nummer 5 kommt natürlich nach Adam Riese die Nummer 4. Und während sich hier jetzt noch der kleine Lautsprecher Shiny von seinen schönsten Seiten präsentiert, haben wir hier mit Hilfe von Giuseppe einfach mal eingedeckt. Denn jetzt ist es soweit. Unser automatischer Seifenspender mit Bewegungssensor ist jetzt für Sie zu diesem Preis verfügbar. Und diesen Preis meinen wir hundertprozentig ernst. Ja, vor allem ist er wieder verfügbar. Das ist ja das Schöne. Sie haben uns leer gekauft in den letzten Wochen. Wir haben unserem Hersteller dann gesagt, du pass mal auf, verfünffache mal einfach die Menge, die wir noch benötigen. Der hat uns ein bisschen dumm angeguckt und meinte dann, okay, ich gebe mal Gas. Er hat es tatsächlich geschafft. Und was jetzt passiert, das ist wirklich toll. Denn wenn ich hier meine Hand drunter halte, dann kommt hier tatsächlich auch aus meinem Seife raus. Denn das hier ist das gute Stück, was wir in die Hand nehmen sollen, um zu zeigen, wie groß der Tank ist. Das ist das Befüllte. Jetzt mal ganz kurz mal die Schüssel drüber. Warum? So ein bisschen Seife in der Hand. Das Schöne ist, gucken Sie mal jetzt, jetzt hat der Herr Engelmann die Hand drunter. Es hört, aber guck mal, und das ist das Tolle. Es tropft nicht. Und das finde ich das Faszinierende. Sie können hier wirklich mit minimaler Bewegung ganz einfach festlegen, wie viel Seife. Ich schiebe dir mal die Schüssel rüber, weil das sieht ja langsam aber sicher ein bisschen komisch aus, was du da in der Hand hast. So, guck mal. Und während der Herr Engelmann jetzt in die Tiefenreinigung seiner Pranke geht, kann ich Ihnen sagen, gucken Sie mal, hier hinten ist der Tank. So viel passt da rein. Und das ist mal richtig viel. Natürlich nicht nur Handwaschseife, sondern, ja, Duschgel. Aber nicht nur Duschgel, natürlich auch Desinfektionsmittel. All das können Sie hier ganz einfach einfüllen. Dann wird hier oben gedrückt, es wird eingerastet und dann kann es losgehen. Der Batteriefach ist hier unten und die Unterseite ist für mich einfach relativ wichtig, denn hier sind vier tolle rutschfeste Füße. 400 Milliliter sind also drin und diese 400 Milliliter stehen bombenfest. Und ich zeige es auch gerne nochmal. Wenn er dann befüllt ist und einsatzbereit ist, legen Sie wirklich nur die Hand drunter. Und sobald Sie die Hand entfernen, tropft nichts mehr. Und jetzt denken wir einfach mal an all das zurück, was Sie früher an Dreckresten auf Ihrem schönen, teuren Seifenstück hatten. Oder zum Beispiel auf Ihrem Druckseifenspender, wo Sie dann natürlich mit den dreckigen Händen, mit den schmutzigen Händen, so wie hier Steppke. Steppke kommt also aus der Schule, hat richtig gute Leistung gebracht, kriegt ein Stück Kuchen, freut sich des Tages. Und normalerweise wäre dann folgendes, er müsste oben drauf drücken und schon wäre der Seifenspender versaut. Die Seife, wenn er sie in die Hand nehmen würde, wäre natürlich auch dreckig und dann müsste ich die Seife einfach nochmal selber waschen. Eigentlich völliger Quatsch. Deswegen haben wir jetzt für Sie hier dieses knapp, also es ist 400 Milliliter, das ist fast ein halber Liter. Da ist man mal richtig lange auf der richtigen Seite. Und wenn Sie jetzt mal diesen Tank sehen, gucken Sie mal, stellen Sie sich mal vor, da packen Sie jetzt zum Beispiel farbige Seifenflüssigkeiten rein. Oder farbiges Duschgel, so ein schöner Rotton, grün, blau, all das sieht dann natürlich richtig gut aus. Das ist ein absoluter Hingucker, das ist ein tolles Produkt und vor allem, Sie sehen es, es ist automatisch. Es ist mit dem Bewegungssensor und es tropft nicht und das Ganze für unter 10 Euro, also 9,41 Euro. Hat man auch in der Autostadt erkannt, nämlich in Wolfsburg und da heißt es, erster Seifenspender, den man selbst dosieren kann. Sie haben völlig recht, andere Spender geben immer zu viel Seife auf einmal ab, sehr zu empfehlen. Na, das sagen wir doch, Halleluja, bestellen und los geht's zu Hause und es bleibt alles sauber. Die haben wir übrigens auch, das ist original bei uns aus unseren Toiletten hier im Sender, die haben wir bei uns auch aufgestellt, denn es ist eine ganz praktische Sache. NX 21, 26 und die 569 und jetzt kommen wir zu Platz 3. Großen Stimmen, starke Krimis und das in insgesamt 12 Audio-CDs in einer wunderschönen Box. Und Sie sehen es an meinem strahlenden Gesicht, ich bin bekennender Hörspiel und vor allem Hörbuch-Junkie. Und da stehe ich auch wirklich zu. Und gute Hörbücher kosten richtig Geld. Gute Hörbücher zeichnen sich dadurch aus, dass sie zum Beispiel von bekannten Schauspielern gesprochen werden. Also Stimmen, die ausgebildet sind, Synchronstimmen, die Sie kennen, egal ob jetzt die Synchronstimme von Tom Cruise oder, oder, oder. All diese Stimmen sind ausgebildete Sprecher und die nehmen Sie dann natürlich eben durch Ihre Kompetenz des Sprechens mit auf die Reise. Und da sehen Sie diverse Gesichter drauf. Der Herr Engelmann guckt gerade und von Andrea Sawatzky. Hannes Jänecke, Dana Geisler, Eva Mattes, Armin Rode hat auch mitgesprochen. Ja. Und dann natürlich, du hast es gerade gesagt, Andrea Sawatzky zum Beispiel, auch Sabine Postel, die ja auch aus dem Traumschiff bekannt ist. Also das sind alles große Stimmen, die große Krimis lesen. Da ist nämlich von, ja, können wir mal kurz durchgehen, Tote Katze, Jalousien, dann Perry Roden, dann haben wir Philipp Maluni, Wilsberg, kein Fall für Wilsberg, Königsblau, Mord nach jeder Fasson oder ein Krokodil für Mama Romsmeade, der erste Fall. So, wir wollen mal reinhören, oder? Denn, Andrea Sawatzky, Perry Roden. Das ist aber noch lange nicht alles. Das ist Andrea Sawatzky und die liest mit so viel Imbrunst. Hingabe und vor allem wirklich Liebe und das hören Sie, liest sie Perry Roden. Aber das ist noch lange nicht alles, denn wenn Sie auf diesen zwölf CDs auch Hörspiele finden, dann ist das wirklich geplant. Und hier oben zum Beispiel Ulrich Nöten, kennen Sie noch, ja, gab damals diesen berühmten Song über die Comedian Harmonist, dann gab es den Film und seitdem kennen Sie diesen Herrn. Aber das hier unten, das ist zum Beispiel das absolute Highlight, denn Volker Brandt, Sherlock Holmes und diese Sherlock-Holmes-Geschichten sind damals im Hause Maritim aufgelegt worden. Maritim gibt es nicht mehr, das heißt, hier sind dann auch noch wirkliche Sammlerstücke integriert. Und hier können Sie wirklich sicher sein, dass Sie nicht nur traumhafte Hörbücher, sondern auch zwei wirklich großartige Hörspiele bekommen. Zwölf CDs sind dabei und vor allem ist eine MP3-CD dabei. Und das finde ich besonders praktisch, denn wenn man jetzt die Urlaubsreise antritt, dann bleibt dieses wirklich schöne, schöne Buch. Denn es sieht aus, wie ein Buch zu Hause stehen und Sie nehmen nur die MP3-CD mit und Sie haben dann alles dabei. Hörbücher dabei vom Krimi bis zu Perry Roden und diese Science-Fiction-Geschichte. Damit sind Generationen aufgewachsen. Die Abenteuer von Perry Roden hier auch dabei. Hier ist wirklich alles dabei, was Sie für wirklich schöne, schöne Stunden brauchen. CD 5287 und die 569. Und als ich dieses tolle Produkt vorgestellt habe, habe ich gesagt, kann ich das mal mitnehmen? Ich möchte überall mal reinhören. Ich kann Ihnen sagen, ich bin zum Beispiel eben von Armin Rode, wie er Philipp Maloney liest, so begeistert. Und das werden auch Sie sein. Das nimmt Sie mit, da werden Sie gar nicht aufhören wollen zuzuhören. Und da kann ich Ihnen sagen, zu dem Preis, 8,46 Euro, alleine das Sherlock-Holmes-Hörspiel kostet auf dem Sammlermarkt inzwischen 20, 30 Euro. Also, jetzt zugreifen. So, und damit kommen wir zu unserem Platz Nummer 2. Und auch das wundert uns nicht, denn mit heutigen Geräten wie unseren Touchlets oder Smartphones ist man natürlich irgendwo im Urlaubsort, im Hotelzimmer oder vielleicht auch im Ferienhaus. Musikalisch zwar mit aller Musik ausgestattet, die man selber dabei hat, aber das klingt nicht so toll. Denn diese kleinen Lautsprecherin, na, da kommt nicht viel raus. Und deswegen kommt jetzt unser Platz Nummer 2. Unsere super günstige, wunderschön gemachte Sound-Docking-Station hier. Und da sind 2x3 Watt Leistung drin, also Stereo-Lautsprecher. Und damit können Sie raumfüllend in wirklich angenehmer Lautstärke jedes Hotelzimmer der Welt zu einem wunderschönen Hörsaal machen. Es ist auch wieder aus dem Hause Auvizio. Egal ob jetzt Touchlet, Smartphone, MP3-Player, iPad, alles passt natürlich hier in diese Halteschale. Das ruht dann sozusagen auf dieser gepolsterten Oberfläche. Und da kann ich Ihnen sagen, Auvizio, ja, hatten wir eben schon den kleinen Lautsprecher für Sie. Jetzt sozusagen den perfekten Halter, um dann nicht nur Musik zu hören, sondern zum Beispiel das einfach auf den Nachttisch zu stellen, sich leicht auf die Seite zu legen und einen schönen Film anzumachen. Da können Sie sicher sein, besser geht's nicht. Da schläft Ihnen der Arm nicht ein, da fällt nichts runter, da ist alles genau an der richtigen Stelle. Denn 2x3 Watt, das reicht, um richtig laut zum Beispiel einen Film zu schauen. Im Garten ist es natürlich auch ganz bequem, wenn Sie abends gemütlich sitzen und ein bisschen Kartenspiel, kühles Gläschen Wasser dabei haben und dann so richtig loszocken, dann ist so ein bisschen Musik daneben her eine wirklich schöne Sache. Toll ist, dass Sie dieses Gerät entweder mit Batterien oder Akkus verwenden können oder eben mit dem mitgelieferten Netzteil. Das heißt entweder stationär oder eben für den Urlaub und unterwegs. Wirklich schön gemacht, so eine Halbkugel klingt auch richtig ausgewogen und angenehm. Also hier sollten Sie auch zuschlagen. Geht nämlich bei uns wirklich wie die Feuerwehr aus dem Haus. Und das für 14,16 Euro. Was kosten normale Sounddogs? Na ja, 80, 90, 100, 120 Euro da ist nach oben. Definitiv keine Grenze. Aber für so kleines Geld kann man doch einfach mal zugreifen, oder? Zum Beispiel auch fürs Kinderzimmer ideal, denn darüber dann zum Beispiel ein Hörspiel zu hören, TKKG, drei Fragezeichen, die fünf Freunde, das macht dann richtig viel Spaß. Da braucht dann der Kopfhörer nicht in den Ohren zu sein. Da kann man dann sozusagen wirklich schöne, schöne Stunden zum Beispiel auch im Kinderzimmer erleben und sagen, wow, ich stelle das jetzt dem Kind mal hin für 14,16 Euro. Da sind wir auf der richtigen anderen Seite. Klinkekabel einfach in den MP3-Player, den hier in die Schale gesteckt, vorne in diese Schiene und schon geht's los. Und da kann dann ja generationsübergreifend das Gerät natürlich dann auch durchgetauscht werden im Haushalt, denn es ist klein, es ist portable und da kann man dann einfach sagen, egal wer es braucht, der kann es sich mal eben schnell holen. Es ist kinderleicht zu bedienen und es ist vor allem federleicht zu tragen. Sie sehen es, Kai hat es gerade umgestellt. So, und das können Sie zu Hause auch bedienen. Elemente auf der Rückseite, aber der Preis, der spricht wirklich für Sie. Denn statt 39,90 Euro ein solches Top-Produkt aus dem Hause Auvizio für 14,16 Euro mit der PX3674 und der 569 ist jetzt eigentlich ein Zwang anzurufen. Denn so günstig kommen Sie sonst nicht an so eine tolle Soundstation heran. Schönes Design, toller Klang und das für kleines Geld, also besser geht es doch gar nicht. Und vor allem mit Auvizio haben Sie auch die Garantie, dass das wirklich gut klingt und verarbeitet ist. Und schön ist natürlich auch, dass Ihr Touchlet, wenn Sie eins von uns haben sollten, oder Ihr Tablet-PC dann natürlich auch perfekt präsentiert werden kann, wenn man das so im Eingangsbereich irgendwo Sound-Docking-Station hinstellt und einfach, ja, eine Aufbewahrungslösung für seinen Touchlet sucht, sieht das natürlich auch toll aus. Und jetzt wollen wir es nochmal zeigen, hier innen drin, tatsächlich unten noch und da auch Schaumstoff dran. Das heißt, es kann an dem Gerät auch an der Rückseite nichts passieren. Also durch und durch durchdacht und für kleines Geld gemacht. Also das war jetzt, also ohne Scherz, also ein Pöt, der neben mir steht. PX3674 und die 569 ist die Bestellnummer. Wir haben noch eine Kundenmeineung. Wenn Du die nicht reimst, darfst Du sie vorlesen. Aus Kirchheim, Unterteck, ich reime nicht. Das Gerät ist optisch sehr ansprechend, Sie werden gefragt, woher das schöne Teil stammt. Musikwiedergabe ist natürlich auch ausgezeichnet. War da irgendwas drin, was gereimt war? Es war nur noch drauf, es kommt noch. Nein, es kommt definitiv nicht mehr. Der T-Shirt bleibt immer Sieger, reimen ohne zu schleimen. Das war jetzt für ein Euro-Verdiktion. Herr Engelmann. So, jetzt haben wir aber noch was für Sie und das ist die Nummer 1. Geht weg, wie, und Achtung, jetzt kommt die Phrase von Herrn Engelmann. Welche Schweine hätten es gern? Wie die Feuerwehr. Unser 4 in 1, 4 in 1, 4 in 1, 1, 1 ist auch nicht schlecht. Warte, ich krieg's hin. 4 in 1 Touchscreen-Stift. Ja. Das ist so schlimm. Das ist schwierig. Ja, aber es ist ein ganz toller, kleiner Helfer in jeder Situation, denn der hat vier verschiedene Funktionen. Als erstes Mal ist es ein Touch-Stift. Das heißt, wenn Sie nicht unbedingt Ihr Smartphone oder Ihr Tablet ständig mit so Fingertappern voll haben wollen, dann nehmen Sie diesen kleinen Kollegen und drehen den hier oben aus seiner kleinen Hülse raus. Und dann ist da so ein kleiner Gumminuppel vorne dran. Und mit dem kann ich perfekt dann eben alle kapazitiven und sensitiven Touch-Bildschirme mitbedienen. Das ist aber noch nicht alles, denn gleichzeitig, jetzt mache ich das mal wieder zu, können Sie auch noch ein etwas voll gelabbertes Touchpad, das müssen wir Ihnen auch mal zeigen, oder auch Smartphone, mal ganz einfach schnell sauber reiben. Da ist nämlich auch noch ein Reinigungspad mit drauf und das funktioniert hervorragend. Sie sehen, es geht ganz einfach. Hier vorne die kleine Reinigungsfläche drauf. Und wenn Sie unbedingt mal... Ja, ich habe es schon vorbereitet. Ihr Handy aufstellen wollen. Und das finde ich das Tolle. Zack. Das ist super, oder? Und zwar für ganz kleines Geld. Stellen wir es mal quer. Schauen Sie mal. So einfach geht das. Das kostet bei uns 3,71 Euro und ist der Hammer. Das geht und geht und geht und geht. Und wenn Sie am Schluss auch noch, und das ist jetzt die vierte sinnige Ausstattung von diesem kleinen Teil, Ihren Kopfhörerausgang vor Staub und eindringenden Kleinigkeiten schützen wollen, dann haben wir an diesem kleinen Vieren-Einstift sogar noch so einen kleinen Gummiklinke-Stecker dran und der kommt dann eben in die Kopfhörerbuchse. Dann haben Sie den nämlich immer mit am Gerät. Und zweitens kann auch hier kein Staub reinkommen. Ist das nicht der Hammer? Das ist der Hammer. Das ist der absolute Hammer. Sie reinigen Ihr Gerät, Sie stellen Ihr Gerät auf, Sie bedienen Ihr Gerät und das alles mit diesem kleinen Winzling, mit diesem kleinen Knubbel, den Kai da gerade rangehängt hat. Da ist alles dran, was Sie brauchen, denn das ist wirklich unser 4N1-Touchscreen. Touch? Ich kriege das Wort nicht hin. Also unser 4N1-Stift für Touchscreens. Ich habe es doch hingekriegt. So schwierig ist das doch eigentlich. Ich brauche jetzt noch einen Kaffee. Es ist klein, es ist kompakt und somit ist es wirklich der richtige Winzling um zum Beispiel. Und da sehen Sie es, das ist jetzt kein Touchlet, das ist ein Smartphone. Und selbst da stört es Sie nicht, wenn das Gerät daran baumelt. Sollten Sie sich jetzt sichern, denn 3,71 Euro und jetzt kriege ich es hin. Für den 4N1-Stift, also für den Touchscreen-Stift, bleib einfach beim Stift und haut hin. Aber sag du mal, 4N1-Stift, 4N1-Touchscreen-Stift. Boah, Streber, 4N1-Touchscreen-Stift, ich kann es. Siehste, zweieinhalb Stunden üben, da fällt uns sogar in das Touchlet um. Das ist völlig begeistert jetzt. Also wirklich eine tolle Sache, eine kleine, kleine Investition und eine große Wirkung. Also, dass das bei uns gekauft wird, wie verrückt. Allein die Aufstellfunktion ist doch ein Traum. Du legst es nicht irgendwo auf den Schreibtisch, sondern du stellst es wirklich kurz hin und hast dann erstens eine Platzersparnis, zweitens siehst du, was passiert. Drittens, weißt du, wenn es irgendwo liegt und du bist am Schreiben oder am Machen und Tun im Büro, wie, 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 war das jetzt eine E-Mail, war das irgendwas? So können Sie ganz schnell drauf gucken und vor allem fällt es auch nicht runter, denn es liegt nicht irgendwo drunter und Sie ziehen irgendein Blatt Papier raus und es liegt dann unten. Das ist unser 4-in-1-Touchscreen-Stift mit Reinigungspad und Standfunktion. 3,71 Euro. Und dieser TV-Sonderpreis von unter 4 Euro, der gilt jetzt. 120 Minuten und deswegen sollten Sie jetzt anrufen die 0180 51 51 dreimal die 2. Oder ganz einfach online bestellen. www.pearl.tv Maximal zwei Werktage brauchen wir. Dann ist das, für was Sie sich entschieden haben bei Ihnen. Ein Ehrenwort, das ist die maximale Grenze. Geht wahrscheinlich auch schneller. Deswegen rufen Sie jetzt an. Aber schnell.